Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wer sieht traurig aus? Der Junge, der da steht. Aber da ist niemand. Da ist doch nur eine Schrankwand. Monas. Ist alles in Ordnung? Was willst du denn im Keller? Was ist denn da? Da steht ein Mädchen. Da ist kein Mädchen. Komm, wir gehen wieder zu den anderen, ja? Da ist eine intransplale. Danke. Danke. Ich hoffe, wir haben uns geholfen. Untertitelung des ZDF, 2020